Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Hallo zu InsideMarkets hier von der Frankfurter Börse. Bei mir ist wie immer Finanzjournalistin Sissi Haltmanek. Sissi, schön, dass du da bist. Ich habe dir mal ein Foto mitgebracht. Ein Herr, der für eine Brexit-Telenovela steht. Man hat das Gefühl, da ist nie irgendwie mal ein Ergebnis greifbar. Es ist der Wahnsinn. Aber Telenovelas stehen ja für einen guten Ausgang. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe dringend auf einen guten Ausgang. Die Märkte können es ja gar nicht mehr richtig einschätzen, was es eigentlich bedeuten würde, wenn es zum harten Brexit kommt. Ich möchte Ihnen mir nicht vorstellen, das wäre wirklich ein ziemlicher Kollateralschaden für die Wirtschaft. Ich finde es besonders traurig für die jungen Leute, die sich eigentlich ja auch als Europäer gesehen haben auf der Insel. Die international denken, die sich nicht mehr als Inselbewohner sozusagen sehen, sondern sich wirklich als Weltbürger sehen. Das finde ich sehr schade. Und wenn so ein harter Brexit kommen würde, würde das ja nicht nur der britischen Wirtschaft schaden, sondern ja auch uns hier in Europa. Also hoffen wir mal, dass da irgendwie ein Ergebnis kommt. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob vielleicht nicht noch ein zweites Referendum mal auf uns zukommt. Und dann heißt es, ja, jetzt haben die Bürger doch sich für Europa entschieden. Also ich glaube, auch das ist noch nicht ganz aus der Welt. Das wäre eine tolle Variante, finde ich jetzt persönlich. Fakt ist, wir schieben noch mal den Termin. Warum? Weil die EU natürlich kein Interesse daran hat, dass der harte Brexit kommt. Für den DAX ging es diese Woche tendenziell wieder nach oben. Der Brexit war da kein wichtiger Termin. Auch die EZB hatte zwar ihre letzte Sitzung unter Mario Draghi, aber auch das war kein großes Thema. Denn die Entscheidung, die hat die EZB ja schon letzte Woche gefällt, letzten Monat gefällt, dass nochmal da kräftig in die Märkte investiert wird. Ja, da schauen wir nächste Woche nochmal ein bisschen drauf. Denn Mario Draghi wird da seinen letzten Tag haben. Und dann gucken wir auch mal, wer die neue ist. Christine Legat, IWF-Chefin, vorher gewesen, wird aber sehr wahrscheinlich die Politik weiterführen. Und ob das so gut ist, viele Kritiker sagen ja, naja, man versündigt sich zum einen am Spare und zum anderen an der Zukunft, indem man so viel Geld in die Märkte pumpt. Aber wir haben auch noch ein anderes schönes Thema. Und da habe ich auch wieder ein Bild mitgebracht. Diese drei Herrschaften, alle SAP-Führungsriege. Bill Dermott, Mac Dermott, der ehemalige SAP-Chef, der geht jetzt zu ServiceNow. Der geht jetzt zu ServiceNow und ich fand total verblüffend, ServiceNow, die Aktie, die ist eingebrochen um über 10 Prozent, als das bekannt wurde. Man kann jetzt spekulieren, was bedeutet das? Naja, bei SAP gibt es jetzt ein ganz neues Führungsduo. Da will man sich verjüngen, um eben in die Zukunft zu blicken. Und zu ServiceNow, was ein viel jüngeres Unternehmen ist, das übrigens auch Cloud-Lösungen in erster Linie anbietet, das womit SAP jetzt auch Geld verdient, das hat jetzt eben den älteren Bill McDermott bekommen. Ehrlich gesagt, Manuel, ich glaube, dass das eine gute Wahl ist. Der Mann hat so viel Erfahrung, da bringt er auch was mit, was über die Jugend hinausgeht. Ich glaube, beide Unternehmen profitieren. ServiceNow profitiert von dem Wissen, das Bill McDermott hat, der SAP die letzten zehn Jahre zu einem Weltunternehmen und zum wertvollsten DAX-Unternehmen geführt hat. Und SAP profitiert davon, dass sie jetzt zum einen den jüngsten DAX-Vorstand haben mit Christian Klein und die erste DAX-Frau sozusagen, Jennifer Morgan. Auch das ein gutes Zeichen immerhin. Und beide sind auch schon lange im Unternehmen und wissen auch ganz genau, wo die Reise hingehen soll. Ja, ich glaube, das ist der größte Vorteil. Die beiden setzen eigentlich eine Tradition fort. Die kennen SAP gut. Und übrigens, wer auch noch profitiert, ist Nike. Denn die sammeln von ServiceNow den Chef ein. Also großes Besetzungskarussell derzeit. Das Karussell dreht sich. Wir schauen jetzt erst mal auf die Top-Aktien-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Wir schauen heute auf Aktien aus der Luftfahrtbranche, allen voran Boeing. Und da gab es ja gerade erst Quartalszahlen, Milliardenverlust. Sissi, ist die Aktie denn was für Anleger, die vielleicht einen langfristigen Horizont haben? Ja, man fragt sich, wie langfristig müsste der Horizont sein, um nicht seine Nerven zu verlieren? Also die Aktie ist ganz sicher was für sehr Mutige. Denn Boeing hat im Moment wirklich nur schlechte Nachrichten zu verzeichnen. In allem voran, Standard & Poor's hat die Aktie runtergerated. Das macht es natürlich schwieriger am Markt. Und was man die ganze Zeit diskutiert, ist, wann wird die 737, die Krisen-Airline, eigentlich wieder zugelassen? Erst war Februar im Gespräch, dann das vierte Quartal. Aber Manuel, ich glaube, jetzt gibt es schon wieder größere Probleme. Es könnte noch länger dauern, weil die Europäer auch überlegen, nochmal alles zu prüfen. Und wenn die sich dann nicht auf die Amerikaner verlassen und nochmal selber Prüfungen durchführen, dann wird sich das Ganze nochmal wirklich in die Länge ziehen. Und Boeing, ja, die verlieren im Monat fast eine Milliarde, wenn die Flieger am Boden sind. Also doch ein wirklicher Verlust. Ja, und das sieht man der Aktie an. Denn wenn man hier schaut, das ist klassisch durchbrochen nach unten. Das war eigentlich ein Aufwärtskanal, aber die Nachrichten sind eben nicht besser geworden. Auch ehrlich gesagt erwartbar. Wer sich für diese Aktie interessiert, natürlich hätte sie nach oben deutlich Luft, wenn gute Nachrichten kämen. Wenn man sich die Short-Seite mal anschaut, dann gäbe es Möglichkeiten nach den Analysten der Börsenakademie. Bei einem Einstieg bei 341,83 Dollar könnte das Kursziel 300 US-Dollar sein. Also da ist nach Luft nach unten ganz deutlich. Aber unbedingt einziehen, einen Stopp-Kurs bei 355 US-Dollar empfehlen die Analysten. Tatsache ist, die Nachrichtenlage muss man bei so einem Unternehmen ganz besonders mit beachten. Davon wird Boeing eben besonders bewegt. Zweites Unternehmen, auch indirekt zumindest von Boeing auch betroffen. Die Lufthansa, die guckt natürlich auch auf die neuesten Flieger. Die Lufthansa-Aktie eher im Aufwind, weil auch die Ölpreise und dadurch auch Kerosin wieder ein bisschen günstiger ist? Ja, so ist es tatsächlich. Und die Lufthansa ist tatsächlich von Boeing auch betroffen, denn die wartet auf Flieger von Boeing. Da verzögern sich jetzt auch noch Auslieferungen. Also wieder was Schlechtes für Boeing und für die Lufthansa auch nicht besonders gut. Bei der Lufthansa eine interessante Formation inzwischen, eine Schulterkopf-Schulter-Formation inverse, die tatsächlich jetzt hier ausgebrochen ist. Also diese Aktie wird interessant. Ab 16,20 Euro erwarten die Analysten, dass die Aktie richtig langfristig ausbrechen könnte. Ein Kursziel könnten dann 17,59 Euro sein. Und ein Stopp-Kurs sollte ungefähr bei 15,20 Euro eingezogen werden. Die Lufthansa ist genauso ein Unternehmen, wo jede Nachricht, die an den Markt geht, deutliche Kursschwankungen auslösen können. Also wo man ganz engmaschig gerade die Stopp-Kurse setzen sollte. Und wir schauen jetzt noch auf den Veranstaltungshinweis. Und wenn du jetzt das Trading erlernen möchtest, dann kannst du am kostenlosen Börsenseminar der Tradinghaus Börsenakademie teilnehmen. Da gibt es verschiedene Trading-Ansätze und Profis zeigen euch professionelle Tricks, wie ihr beim Handel erfolgreich sein könnt. Und dazu einfach anmelden auf der Seite trading-haus.de. In zwei Wochen gibt es wieder zwei Seminare in Wien und Berlin. Und wer unsere Sendung mag, der kann uns bitte einen Like geben, kommentieren, posten, euren Freunden empfehlen. Also bitte erzählt euren Freunden von unserer Sendung. Und Sissi, uns bleibt jetzt noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Was machst du am Wochenende? Ich genieße nochmal den Samstag. Es soll der letzte warme Tag sein. Für mich ganz furchtbar, dass wir jetzt in die Herbstzeit wechseln. Und was machen wir noch von Samstag zu Sonntag? Die Zeit umstellen von zwei auf, nein von drei auf zwei. Was ein Glück. Für mich ist das günstig. Ich gehe so spät ins Bett, also gewinne ich eine Zeit. Kannst du länger schlafen. Wir können alle länger schlafen. Und damit ein schönes Wochenende. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Tradinghaus Börsenakademie. Vielen Dank.